Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich bin momentan total happy. Ich hatte ja mein Kindle-Buch angekündigt und es ist veröffentlicht und schaut mal rein. Ich bin dreimal Bestseller mit dem Buch. Einmal im Bereich von Braten, dann Bestseller Schnelle Küche. Ja, und auch noch Bestseller Single Küche. Ich bin total happy, das ist sowas von klasse. Ja, es steckt viel Arbeit drin, aber ich denke, das hat sich jetzt echt gelohnt. Das wollte ich euch mal kurz mitteilen. Und ich mache noch einen kurzen Blick nochmal ins Buch für euch rein, jetzt hier. Ja, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr euch auch ein Kindle-Buch oder ein Taschenbuch von mir kauft. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Und jetzt viel Spaß beim Brunzeln, beim Nachkochen von meinen anderen Rezepten, die ihr ja hier auf meinem Kanal findet. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. und du pseudo-Prosch faço Landers. Ja. 要 là. Uh- çev'resündig Ja. Ja. Ja, ja. Ja.